Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu GSG Moin, meine lieben Freunde. Das Sondereinsatzkommando ist wieder unterwegs und ihr seht schon, die beiden Trottel vom Dienst sind natürlich auch wieder mit am Start. Hallo Zibel, hallo Mene. Moin. Wie zwei Trottel, ich sehe nur einen. Bevor wir wieder loslegen, müssen wir noch gerade erklären, wir sind nicht in der Mission, wo ihr uns das letzte Mal gesehen habt, denn die war uns so schwer. Nein, es ist eine neue Map noch freigeschaltet worden und die wollen wir jetzt erstmal machen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das wirklich eine neue Map ist oder ob die einfach schon da war, ich weiß es nicht. Die war da, aber da war dieses Under Construction Ding. Ah, okay. Hört doch mal auf, ich wollte gerade noch lesen, was wir machen sollen. Bring order to chaos, rescue all of the civilians, Gewehr in Raum King finden und finde das Scharfschützengewehr in Raum Queen wahrscheinlich steht da. Und arrest three suspects, also drei suspects sollten wir festnehmen, das ist schon mal wichtig. Dann nehmen wir schon mal einen Taser in die Hand. Ich war heute mal kurz in dieser Mission drin und habe, es gibt anscheinend neue Fallen und zwar, also sieht man auch, die sieht man auch mit dem Draht, aber die lösen einen... Oh, Alter. Die lösen einen Alarm aus. Okay. Und dann, wenn dieser Alarm ausgelöst ist, dann kommen halt teilweise noch welche angebottert, können auch zwei oder so sein. Also dann muss man immer ein bisschen auch auf die Drähte achten. Ja, und es gibt doch jetzt auch diese Shotgun-Fallen an den Tür. Nee, die sollen glaube ich erst noch kommen. Achso. Zumindest habe ich jetzt von denen noch nicht noch mal was gelesen. Die war nochmal der Hotkey für die Taschenlampe. U. U wie Taschenlampe. Nee, F wie Flashlight. Nee, F ist Reden bei mir. Ach ja, stimmt. Ja, Taschenlampe ist eine, wenn du eine unterm Lauf hast. Ich habe es mir auf die Maus gelegt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Was war denn das nochmal? Also ich habe es bei U. Die Nightgogles. Die Underbarrel. Naja, ist auch egal, ich brauche es nicht mehr. Das ist ja scheiße. Ihr seht halt einfach nichts bei mir. Ja, hab ich doch schon. Achso. Mensch, ich lasse es dann. Nee, guck doch in deine Tastaturbelegung, Mann. Da steht direkt einer, ne? Seht ihr? Wo? Nee. Wenn man da durchgeht. Ach da tatsächlich. Soll ich den im Kopf schießen? Nein, das ist ein Zivilien. Das ist ein Zivilien. Machen wir mal die Tür auf, wa? Ja, die ist Locked. Locked! Oh, ja. Bleib du da, wo du bist. Ne, ich habe den, ich aim hier durch dieses Fensterchen durch. Kannst du deine Hände, kannst du deine Hände auf, bitte? Hände auf, jetzt! Hände auf! Jo, und du? Oh, hier sind ja massig Türen, ey. Hände auf, jetzt! Ich will, was machst du? Ich wollte die Tür zumachen. Fassung, der hat ein Messer gezückt. Oh, die Türen ist so. Den habe ich aber noch gerade so erwischt. Sehr gut. Aber den hätten wir schön festnehmen können, ey. Wollen wir ihn mal rein lunsen? Lunsen. Also gehen wir andersrum, oder was, als sonst? Jetzt war aus. Ja. Alter, wirst du mich veräppeln? Ey, der, der buggt schon wieder. Der ist, der. Äh, hallo? Alter, was war mit dem denn los? Was hat er denn gemacht? Ich habe gar nichts gesehen. Ja, der stand halt hier hinter der Tür und hat gesagt, der hier, und hat sich gedreht, wollte schießen und der hat dann fünf Kugeln von mir gefressen. Und ist nicht umgekippt. Und dann auf einmal war er zehn Meter vor mir. Leute, wir machen uns jetzt erstmal hier schön voll mit dem Lager. Kann man hier durchschneiden? Will keiner ein Bier? Keiner? Warte mal erstmal den Raum sichern. Schön hier. Was ist hier? Na, dann gib mal eins aus hier. Brown Crown, oder wohl der BB, kann ich von hier nicht lesen. Wir können doch erstmal den Geldautomaten sprengen hier. Winningham Beer und Blood Moon Balcon Dark. Ja, ich nehme das dunkle. Ich nehme das erste. Brown Crown? Ja. Das klingt, als hast du Spülgangprobleme. Okay. Okay. So. Rülps. Oh, der haut ab, der Frequenzling. Wo war der? Äh, siehst du mich nicht? Wo seid ihr hin? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ja, und links ist da einer abgehauen. Okay. Denkt halt dran, dass wir drei Suspects festnehmen. Wir wissen nicht, wie viele wir hier haben insgesamt. Ja, ich gehe ja schon hinter ihn. Das wird keiner sein, wahrscheinlich. Ey, Leute, wir sind so richtig dumm gegangen, glaube ich. Nee, nee. So mitten durch. Da hinten kann ja dann keiner sein. Da ist auch links nochmal hin. Hier liegt einer tot rum. Ja, pass auf, da hinten, die Zimmer gehen teilweise weiter nach hinten raus. Hast du den reported? Ja. Kann man nicht. Das hast du schon? Ja, ja. Ja. Hier ist zu. Vorsicht, da sind welche. Oh, danke. Bitte. Ich musste erst mal an dir vorbeikommen. Oi. Schwerse, Mann. Der hat mich aber voll ab. Brilly, was bei dir? Weiß es noch nicht. Oh, wer ist das? Oh, das bin ich selber, Alter. Guck mal, hier liegen Waffenkoffer, ne? Geh mal hier rein, ey. Oh, hier liegt die Knifte. Es liegt ja in der Knifte. Hast du dich grad nicht erschreckt, Meni? Nee, nee, du hast ja vorangekündigt. Hast du die Knifte gefunden, oder was? Also hier lag ein Gewehr rum, aber es ist nicht doch Gewehr im Raum King finden. Weil hier sind so dicke Waffenboxen und so. Warte mal, hier ist noch eine Tür zu. Oder wart ihr da hinten im hinteren Bereich? Da waren wir schon. Da geht es nicht weiter. Nee, da waren wir nicht. In der einlocked Tür. Das Bad hier ist aber ganz angenehm. Ganz nett, oder? Mene machst du sie auf, oder was? Oh, sorry. Nee, ist alles gut. Also ihr habt mich, glaube ich, angeschossen. Ja, ich hab dir leider einen Nackenschuss gegeben. Tut mir leid. Alter, der ist ja mal richtig eskaliert, der Typ hier. Das sind ja die Waffen. Ich hab eine hier. Ah, hier ist noch eine. Laserschwert. Das sieht wirklich aus wie Laserschwert. Wir geh jetzt raus. Ja. Wartet mal, bitte. Habt ihr den Raum hier schon gecleart, oder was? Nee, wir gehen ja sowieso heute kreuz und quer, habe ich das Gefühl. Oh, Evidence secured. Wieder mal ein... Jacuzzi! Und so hoch können wir nicht springen, um da rein zu gehen. Lächerlich. Bluff. Oh, schöner Grill hier, ey. Wie Zivillian war das? Okay. Was haben die mit der Tür gemacht hier? Äh. Okay, Mene, hier sind wir noch zwei Türen hier, ne? Warte mal, ja, ich guck grad hier im Bad, war der schon, ja? Und in der, in dem Musikraum war der auch schon. In dem Musikzimmer. Da sind wir, da sind wir jetzt gerade drin, ja? Brauchst du noch ein bisschen Equipment? Hm, ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Mal Krakka brauche ich. Alles da außer Computer. Geilen Bad nehmen. Schön das Porzellan abgebaut. So. Und denk dran, hat jemand so ne, hat jemand so ne Durchgucker? Ja. No. Durch hab ich den Durchgucker. Soll ich mal hier durchgucken? Ja, mach mal, nicht, dass hier gleich wieder so ein Alarm losorgelt. Hauptsache, ihr macht die Tür auf, während ich durchgelebt. Da ist ne Falle. Ja, die kannst ja, die kannst ja knipsen dann, das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ihr könnt die Tür nicht öffnen, wenn ich... Ich hab's in die Löwen so. Ich hab's gepiept. Ich seh nix. Ich seh nur so nen Alarm, der da rumleuchtet. Da ist halt direkt ne Tür. Ja, die macht die Tür, und das kannst du das Kabel durchknipsen, ne? Ja, ja, ja. Schön mal hier erstmal den Neuer. Jawoll. So. Ja, ja, ja. Ja, da hinten waren wir eben. Da ist noch der eine im Gang. Da steht einer. Okay. Ich bleib hier stehen bei der Tür. Ich seh ja mal den Gang hier. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Gewesen. Dankeschön. Vor allem schießt er einfach über mich. Ich war den einen am Festnehmen. Ey, du hast dich, genau, du hast dich grad gebückt, weil du den festgenommen hast. Ey, ich hab dir voll den Schädel wegrasiert, ey. Krass. Kommt dir da zurück? Nee, ist noch einer. Grad noch einer. Wow. Wer war das? Mene hat wohl ne Falle ausgelöst. Oh. Shit. Ich hab dich nur noch zusammensacken sehen da hinten. Oh. Okay, dann mach mal neu. Ähm. Hä? Aber die Tür war offen. Also, ich meine, die stand offen. Das muss ne Falle gewesen sein, die... Vorsicht. Achso. Ja, das sah auch ein bisschen komisch aus. Das begreif ich nicht, wo die jetzt herkommen sollten. Das sah komisch aus, wie du gefallen bist auch, ja. Oh, schmeißt du hier mit Granaten rum? Was ist denn? Ich seh gar nichts mehr, Leute. Ich bin komplett raus. Also, wir gehen mal hier durch die Tür. Das war der Raum, wo ich auch in der Falle gelaufen bin. Aber nicht selbe Tür, oder? Nee. Ich glaub, das ist einfach der selbe Raum, nur auf der anderen Seite. Ha, der hat sich ziemlich kurz erschreckt. Geiler Typ. Da müsste meine Leiche gleich liegen. Oh, der Raum geht gar nicht. Diese Teile sind so hässlich. Ja, schön. Willkommen in April, Blume hier. Boah, hier ist Nebel des Grauens, wa? Wie geht's dran? Aber haben die irgendwie an der Grafik geschraubt? Der sieht schon alles besser aus als damals, oder? Ja, doch. Also, die Texturen hier und die Details, hab ich auch das Gefühl. Das sieht irgendwie netter aus. Ja, nur halt, was ich nicht so geil finde, ist halt, dass es halt so mega neblig ist teilweise. Das ist nur, wenn du zu nah an die Fenster gehst. Vielleicht machst du mal ein, ähm, War of Fock, Alter. War of Fock, Alter. Der kriegt der Nebel. Ja, okay, dann machen wir halt neu, ne? You have failed the mission. Menno. Ja, diesmal gehen wir aber jetzt wieder im Uhrzeigersinn und, äh, gesonnen, äh, also, wie sagt man, geregelt vor. Ja, und immer schön dran denken, ne? War der Auer. Nils ist der Beste, ja. Äh, ja, sowieso. Wartet mal ganz kurz. Worauf denn? Worauf? Worauf sollen wir denn fragen? Ach, nur so. Ach doch, ich nehm doch auf. Alles gut. Äh, äh, so. Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Mina, hast du Game Sound? Ja, ist doch Game Sound. Alter, pass doch mal auf. Boah, wer war das? Wer war das denn? Ja, du, Brili. Nein. Benni ist vorgegangen und hat die Falle ausgelöst. Ach, das war ne Falle? Ja, na klar. Ich dachte, ihr meint, dass ich ne Granate geworfen hätte. Nein, die war hier unten. Ich hab grad noch, ich wollt grad nur sagen, ey, pass auf, da ist ne. War ja zum Glück nur ne Flash. Naja, dann. Ich bin heile. Alter, das ist so geil. Erstens, überrechne ich halt nicht damit, ne? Also, jetzt mal ein bisschen. Hier, vorsichtig, ist schon wieder ne Falle. Ja, Leute, aber jetzt lass uns auch mal ein paar Suspects festnehmen. Ich hab das Gefühl, dass es nicht mehr so viele gibt. So, Falle ist disarmt. Okay. Das wird nicht klappen. So nach rechts, ich nach links. Wir gehen auf jeden Fall alle nach links. Okay, da hinten, im Raum. Ich glaube, hier ist auch wieder einer in dem Raum. Sollen wir da Flash reinwerfen, oder? Brili, da links von dir, äh, hinten, ist einer, der kniet. Hinter dem umgestürzten Dings da. Ja, ja, ich weiß. Den hatte ich gesehen. Okay. Ich gehe links. Der links ist safe. Wie sieht es an der Bar aus? Das war ein Civilian. Bar ist safe, würde ich sagen. Aber wir müssen nochmal rausgehen. Ja. Da ist ja noch ne Tür offen. Wir müssen auch eh weiter links. Die offene lassen wir erstmal in Ruhe. Da kommen wir eh gleich raus wieder. WTF, Alter. Da stehen zwei von den Typen einfach mal so rum und quatschen. Bist du tot? Nein, ich habe beide lang gemacht. Hier, hinter da, durch diese Tür, da standen zwei. Alter, da habe ich mich erschrocken. Also, was denn jetzt? Gehen wir nun in den Ruhezeigersinn noch nicht. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit. Okay, dann wartet mal auf mich. Ich bin hinter. Und jetzt bitte den nächsten nicht erschießen. Wir müssen mal ein festnehmen jetzt. Ja, wenn die so wären. Die sehen, ja, die hätten wir vielleicht auch gekriegt, wenn wir zu dritt gewesen wären. Hier ist ne Tür, ne? Ja, ja, ich wollte nur den Gang sichern. Denkt an die Fallen. Ich gucke jetzt vorher nochmal durch. Ja, dann piekt doch einfach bezüglich Falle. Mach doch nicht, okay? Sieht nicht nach ner Falle aus. Junge, falscher Button, Mann. Falsche Höhe. Du kannst das immer noch nicht mit Tür aufmachen. Waschraum. Warte. Nichts machen, nichts machen. Ich, 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 entschuldige. Wie kann das? Doch, der ist, der ist, der ist. Okay, der ist unten, der ist unten. Aber der andere nicht, der andere nicht. Welcher andere? Der. Ja, jetzt hat mich der andere gemessert. Es ist so lächerlich, ey. Welcher andere? Da hinten war einer. Der eine, den hatte ich getasert. Der war unten. Und der andere. Ja, ich start nochmal. Ja. Mann, ey. Den anderen hab ich nicht gesehen. Das war zu düster. Ich hab bloß die hässliche Rübe von dem über die Waschmaschinen rübergucken. Vor allem hat mich ja der, der getasert war, der war da nicht mehr getasert. Den hab ich aber sofort wieder getasert. Den anderen, den haben wir ja noch erschossen. Der hat mich nicht gekillt. Der andere hat mich getillt. Der ist aufgestanden, hatte ein Messer auf einmal an der Hand. Ja, aber da hab ich ihn sofort wieder getasert. Also der hat eigentlich nichts machen können. Doch, doch. Der hat mich aber mit dem Messer erwischt. Ja. Ja. Was ist jetzt? Hallo? Primi, mach doch mal die Tür auf. Schließt du mal da? Ey, du machst die Tür nochmal, mach die doch mal ganz auf, Junge. Hier sind jetzt zwei, hier sind zwei. Alter. Was hast du mit dem gemacht? Wieso? Es sah schon ein bisschen erotisch aus, was du mit dem gemacht hast. Okay. Ich fühl mich halt auch ein bisschen komisch. Rilly, guck mal. Nochmal, ne? Du hast ja hier, wenn du oben die Höhe machst, dann geht die ganz auf. Hey, hey, hey. Ich mach, ich mach, ich mach. Ich taser den. Er ist getasert. Aha. Da ist aber noch irgendwo einer. Warum erschießt ihr den getaserten? Ist doch nicht der gewesen. Ah, immer der gut hier. Der wird wahrscheinlich hier reingehen, oder? In der Mitte vom Barraum ist einer. Den habe ich aber schon runtergequatscht, sozusagen. Ich habe ihn im Dings. Oh, fuck, man. Es sind zwei, okay. Pavilion. Wo ist denn einer geschossen? Habt ihr die draußen die Weifen gesichert? Hab ich. Wo ist denn einer geschossen hat? Ich verstehe nicht, wo der ist, der geschossen hat, ehrlich gesagt. Was mit der Tür jetzt hier? Der, der geschossen hat, ist schon lange tot, Brille. Welcher glaubst du, der hat geschossen? Zeig mir eben mal. Der nicht. Man hat ihn ja nicht gesehen. Man hat nur rot gesehen. Wo ist der denn hergekommen? Der kam von hier hinten. Ja, okay, dann ist das. Dann war er es. Nächstes Mal schießt er dann den und nicht der... Boah. Alter. Nicht der, der getasert hat. Ist noch einer drin? Hast du ihn? Soll ich eine Flash reinwerfen? Nee. Nee, nee. Also sind zwei. Alles Zivillens, ey. Nee, das ist ein Suspekt. Das ist noch ein Suspekt. Gut. Einen Suspekt haben wir. Achtung, Achtung, hier ist noch ein Raum. Okay, Raum ist leer. Habt ihr gehört? Wir haben einen Suspekt. Sehr schön. Ja. Gehst du weiter? Wir kommen nicht durch. So, Achtung. Keine Falle. Okay, man kriegt die Tür nicht. Der steht genau hinter der Tür. Bap. Buh. Hat sich mit schön den Türknopf in die Klöten geknallt. Okay, hier guck ich mal abdurch. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Geht jetzt zurück in den Flur, logischerweise. Ach, jetzt auf das Ding. Das stell dich doch nicht immer so dusselig an mit den Türen, ey. Aha, einfach mal in die Luft getasert. Nee, reload. Da knistert es in der Luft. Ah, die Spannung. Hier ist eine Tür offen, waren wir hier schon? Ja, wir gehen ja ganz links immer. Äh, jo. So, was sehen wir hier? Die Türen da hinten sind offen, da könnten welche drin sein. Mhm. Hier ist wieder so ein Treppenhaus, wie wir dazu gestartet sind, wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir erst mal die Etage zu Ende machen, denke ich. Nee, ich guck jetzt erstmal. Ich glaub nicht, dass es unten weitergeht, ehrlich gesagt. Ja, geh mal gucken. Weil auf der anderen Seite ging es unten auch nicht weiter. Ich glaub, dass hier jetzt Feierabend ist. Ja, hier ist Schluss. Ja, okay. Okay. Das ist eine unsichtbare Wand. Hm. So, ähm, ja, dann gehen wir jetzt weiter. Gehen wir hier gleich rechts in die Tür rein? Soll ich da mal eine Flash reinschmeißen? Rechts war wir doch nicht. Das ist ja Barraum. Ach so. Ah, kurz die Orientierung verloren. Dann müssen wir hier rein. Mann, guckt doch erst unten drunter durch. Ich wollte nicht. Da ist eine Falle, da ist eine Falle. Stopp nicht. Ja, ich sehe sie. Okay. Wäre die jetzt losgegangen, hätte ich geguckt. Wahrscheinlich. Sollen wir das mal testen? Nein. Ja. Das ist aber schon ganz geil. Flash rein, oder was? Mach mal auf die Tür, Brunny, komm. Open Door heißt das. Ja. Flash rein. Ja, mach mal. Jupp. Ja. Hat mich erinnert. War einfach null geflasht, der Typ. Rilly, sorry. Ja. Hast du mich gekillt, oder? Ja. Du bist genau vor mich gerannt und in dem Moment habe ich geschossen. Du bist so übers Kreuz gelaufen. Und dann genau in meine, in meine Funke rein. Ach so, okay, stimmt. Unser Taser-Man hier wieder. Ja, wenn er mich da erschießt. Ja, nimm dir doch mal anstelle von dem Taser, nimm dir doch mal diese Pfefferkugelknarre mit. Ich hatte kein Taser-Rad in der Hand. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Dann kannst du auch mal mehr als einmal schießen. Äh, ich weiß nicht. Nein, so nicht. Entschuldigung. Suspekte haben in der Region genommen, die nicht zu kooperieren. Das ist richtig, ich kann sie sehen. Hände ausstreckt. Hier ist jetzt niemand. Okay. Denk anfallen. Locked. Kann auch T2 aufspringen. Jetzt hier, glaube ich, nicht so sinnvoll, oder? Soll ich mal gucken? Ich hier pieke? Ja. Peek mal. Geile Falle. Na, geil. Der steht da. Der steht da direkt vor mir. Boah. Was ist die, ey? Den hast du... Boah, das war Schlachterei. Ja, ich hab nur mit meiner Umge schossen. Der wollte sich ergeben. Ich hab's genau gesehen. Ja, ja. Hätte er mal, ne? Er hat ihn geschlachtet. Wollte sich nicht ergeben. Der wollte auch grad die Waffe ziehen. Da hast du aber auch in die Fahrkarten geschossen hier, wa? Das ist auf jeden Fall das, was im Protokoll steht. Nein, der wollte wirklich die Waffe ziehen. Seid ihr blöd? Leute, wohin geht ihr denn schon wieder? In den Barraum. Wollt ihr den immer zuerst machen, oder was? Achtung, hier ist einer im Gang. Gang. Welcher Gang? Okay, mich hat einer erwischt. Hast du schon wieder tot, oder was? Ja, ich weiß nicht, woher. Der kam von hinten, hat dich gemessert. Lebt der noch, oder ist er tot? Der ist tot. Ich hab draußen auch einen erschossen. Oh, Nerv, ey. Jetzt reißt die doch mal zusammen, Brilli, komm. Ja, echt? Nee, ihr geht einfach irgendwo hin. Wie, irgendwo hin? Ich hab den gekillt, der dich gemessert hat. Nee, wir gehen nicht links rum. Wir gehen dahin, wo vielleicht auch mal Türen offen sind. Ist doch ganz logisch. Wir sind doch immer offen. Wir sind doch nicht im Hotel. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht die Türen, wo wir gerade aus dieser Doppeltür rauskommen. Diese Tür an dem Automaten ist auch mal zu. Wenn wir sagen, ey, das ist mein Job. Wenn wir sagen, wir gehen links rum. Gehen wir links rum, egal ob deine Tür offen ist oder nicht. Warum denn? Willst du denn riskieren, dass die Typen dich von hinten anfallen? Nee, was machst du da? Den Teufel tust du denn da? Achtung, da ist eine Falle da unten. Ich hab daneben geschossen. Der stand da direkt und hat geschossen. Was soll ich machen? Der ist denn jetzt tot, oder nicht? Nee, der ist abgehauen. Nach links? Links und dann rechts in den Barraum rein. Jetzt gehen wir links und gehen dann von hinten in den Barraum. Da ist aber einer. Pass auf. Ja, aber wir gehen ja links, Mähne. Nicht da lang gehen. Wir gehen links. Ey, der steht aber da. Nein, es ist egal. Wir gehen links, Mähne. Ist egal. Wen schießt der denn jetzt? Ja, weil du ja immer deine Links-Logik hast, die keiner anders sonst versteht. Ich bin noch am Leben, ja, aber es war nicht schön. Wo seid ihr? Im Barraum. Also, ich hab einen Suspekt reportet. Direkt am Barraum. Der Raum, wo immer welche drin sind. Die Tür an den Automaten. Da war wieder einer, der geschossen hat. Aber wir gehen ja immer links. Ja. Wer schießt jetzt? Wer hat mich da hinten geschossen? Hier war einer hinterm Regal. Wer ist tot? Seid ihr beide noch da, oder? Ja, wir sind noch da. Nicht erschrecken, ich stehe da. Ja, die hier haben mich gekillt. Also, mit denen hatte ich hier einen Kampf leider. Die standen hier und... Ich halt so ist. War noch einer? Oder was? Er war eben nicht da, interessanterweise. Oh, aber wir haben schon eins fehlgeschlagen. Ja, ja. Ach so? Ja. Du hast Zivilien erschossen. Nein, habe ich nicht. Der hat eine Waffe in der Hand gehalten. Ja, sicher, der Mene hat den erschossen. Nein, ich habe keinen Zivilien erschossen. Der liegt doch da, wo du gerade warst und gekämpft hast, oder nicht? Nein, der mit den roten Klamotten, der Zivilien, der lag da schon vorher. Nein, nicht der mit den roten Klamotten, der mit der gelben Weste. Das war ein Zivilien. Achtung, Falle. Der hat geschossen. Oh, direkt die Achtung. Das ist irgendwie da. Das ist irgendwie da. Oh. Gut. Machen wir da nicht erst so einen langen Krak? Der kam mit dem Messer auf mich zu. Na dann. Das habe ich gesehen. dass ich zwar ich habe nicht vertippt der ist tatsächlich durch meine flechping zum untergegangen dahinten ist hinter ihm ist noch einer in dem raum nehmt den mal fest ich habe den im visier wir müssen immer links lang gehen das ganz wichtig bloß nicht abweichen immer links lang das entscheiden wir einer der orange bei jürgen suspect aber aber der tür ist lockt gute frage habe ich gepasst ehrlich gesagt ich glaube das war ein suspect hier der orange den ganz piken erst mal okay macht die tippe richtig auf ja ich habe angst dass da einfach steht hier waffe falle echt sehe ich nicht also jetzt vorsicht hier der gang da ist jetzt nichts mehr oder nur die zwei fahrstühle und das treppenhaus und hier sind nämlich von hier in diesen raum reingeht habe eine komplette übersicht aber hier sitzt der barraum offen da ist aber schon einer ja rauskommen naja und da ist noch dieser durchgangs die tür geht aber was zum treppenhaus ja ja aber kann auch sein dass da einer ist oder so meinst du mal absichern sich also warum bist du im barraum drin oder wenn naja okay hier steht einer hatten wir den barraum nicht schon geklärt wir können auch sagen wir machen erst immer den barraum und dann gehen wir links hier mal zu okay und nun da hinten hinten habt ihr da schon jetzt was geöffnet nichts geöffnet also hier kommt ja jetzt glaube ich das ist doch der raum einer von den links räumen ja ich glaube ich guck mal rein ja die queen ist das glaube ich also ich sehe einen toten der da liegt den kennen wir ja schon macht ja die die guckt also piek mal auf sie ein bisschen und ich kann eine flash reinschmeißen ob ich lass mich aufsprengen kommen oder so knock knock mother fucker bis du bist du das c2 da angepasst habe ich die kürze zu zweimal offen ich will das ding halt auch mal benutzen was ich immer mit hab okay also steht ja auch knock knock drauf bei dir hier scheint was zu sein so eine flash reinwerfen ja mach oder das ist der fernseher ist der fernseher es ist der fernseher ist egal okay oh fuck dies zu dies von der wand abgeprallt ganz erst geblendet sorry wo war denn die waffe dieses letzte mal gefunden hast hier auf dem tisch liegt große war ja 500 punkte hier ist alles sauber die türiere ja eine falle ich habe verstanden eine falle und er macht sie auf da stehen zwei wir können nicht schießen wenn du da so stehst ja ich weiß könnte noch mehr mit waffe sein den hätten wir auch eigentlich easy nur so erschießen können also tasern ja ja klar alter da steht der im bart auf einmal mit der schrot vor mir hat er dich erwischt ne okay ach hier mit der abgesägten alter mit der abgesägten alter ey was für ein bär war ich ich gehe raus auf den balkon du wartest jetzt erstmal bis wir hier alles gesichert haben ey warum nimmst du den typen nicht erstmal hier in den handschellen brilli renn doch nicht einfach weg ne da ist der zweite der hier noch abduckt so ich habe ein suspect geporde ja ganz toll ey was denn ich habe doch gesagt ich habe einen balkon ist doch okay ich sehe euch doch und ihr seht mich komm jetzt rein aus der anderen tür hier waren noch zwei die überhaupt nicht gesichert waren und du spazierst auf dem balkon lang ey es ist so unlogisch echt ja aber ihr wart doch zusammen und geht auf die zwei zu Alter wir haben in dem vorraum haben wir erstmal alles gesichert und die leute da reportet laber doch nicht immer rum dass du hier der große checker bist bin ich nicht ja doch ich bin einfach nur auf den balkon gegangen ja hier hinter der säule bin ich schon abgebogen was ist los mit dir ja weil du immer du motzt immer rum dass man irgendwelche dass du wegen alleingänge und selber spazierst in der weltgeschichte rum wir sind doch noch im selben raum quasi ey du willst das nicht kapieren oder wenn da einer kniet und sich ergibt und nichts passiert dann steht er auf und messert ich weiß nicht wer jetzt weiter geht einfach wie einfach wir waren doch fertig jetzt du hattest den balkon gemacht ja war das dein ein Dings der hat mit einer großen Waffe auf mich gezielt also ok dann kommt jetzt hier der zweite Raum ja warte sollte ich ich save erstmal die guck erstmal durch ja wir gucken ja mal da patrouilliert direkt einer mit einer Waffe kommt hier auf die Tür zu ja dann lass mich hier nochmal aufsprengen direkt vor der Tür steht er wir müssen halt noch Suspects mindestens ein oder zwei ich weiß halt nicht ob da noch mehr waren ist eine Phase da ne ne Achtung ich dachte er will sprengen 3 ach so ich dachte er will sprengen ja weil dann wenn der Typ da ist ja aber ich weiß nicht ob er noch da ist du weißt doch beim Sprengen ist immer mit der Gewalt und so pff ja Gewalt zählt nicht mehr also außer als ein Ziviller also du kannst ja nochmal drunter gucken und wenn der da wieder anläuft dann dann und du weggegangen bist dann spreng ich gerade ist er nicht da okay aber der patrouilliert halt können warten ja oder ich spreng auf und da hau noch ne und einer von euch haut noch ne Flashbang hinterher ja das Ding ist der Raum man sieht nichts da ist ne Wand direkt die wird nicht funktionieren die Flash okay na dann geh mal weg ja warte ich warte noch da kommt der der kommt wenn du jetzt gleich 3 2 1 müsste ihn erwischt haben hat er ihn erwischt ne er liegt hier nicht dann ist er irgendwo da hinter im Klo ist ja keiner ja mene hinter dir einer hat sich in nem Sofa hingekniet da ist noch einer Mann mach doch mal die Tür zu Bruder ich wollte eigentlich nur peaken hier ist auch einer er ist irgendwie mitten im Fenster und ich weiß jetzt nicht in welchem Raum der ist ich hab nichts getan ok scheiße könnte sein dass ich den Zivillen habe ja hab ich ja scheiße der stand genau hinter dem Typen der auf mich geschossen hat ja siehst du das hier eine Schusslinie war das kann ich danke Mist machen wir eine neue Folge Leute wir bedanken uns fürs Zuschauen hier wird es auch gerade sehr dunkel ich muss mal Licht anmachen äh man sieht mich gar nicht mehr also bis zum nächsten Mal hier bei GSG Moin tschüss tschüss